Hallo ihr! Ich habe euch mit meinen Videos bestimmt schon dazugebracht, endlich mal nach Russland zu fahren, um euer neues Russisch Wissen mal in der Praxis anzuwenden. Und was wollt ihr machen, wenn ihr hier seid? Doch hoffentlich nicht nur alte Häuser anschauen oder gar nur Frauen angraben, weil ihr bisher nur mein Video mit den russischen Wörtern zum Flirten geschaut habt. Nein, ihr wollt bestimmt ganz viele normale Russen kennenlernen. Und deswegen mache ich für euch dieses Video, wo ihr all die Wörter findet, die euch dazu noch fehlen. Also erst stellt ihr euch natürlich vor, меня зовут und dann euer Name. Ihr könnt auch noch sagen, dass ihr aus Deutschland kommt. Natürlich solltet ihr dann auch euren Gesprächspartner was fragen, damit der nicht denkt, ihr haltet hier einen Monolog. Aber bitte nicht nach diesem Satz mit Deutschland einfach fragen. Aber wenn ihr in Russland mit einem Russen sprecht, kommen die für gewöhnlich aus Russland und die Frage ist ziemlich bescheuert. Merkt, merkt euch diese Rückfrage besser für eine andere Gelegenheit. Besser ihr fragt, sind sie von hier wie Mersny oder wie Mersny, wenn ihr mit einer Frau sprecht. Denn nicht alle Russen kommen aus Moskau, nur weil ihr gerade dort seid. Ich zum Beispiel auch nicht und könnte euch dort keine Tipps geben. Wenn euch dann schon, weil ihr nicht genug von meinen Videos geguckt habt, der Gesprächsstoff ausgeht, könnt ihr auch ein paar Füllwörter einstreuen. Kurz gesagt, das könnt ihr auch langsam sagen, wenn ihr gerade heftig denkt, was ihr noch sagen könntet. Oder wie war das gleich? Im schlimmsten Fall fragt, ob der Russen kein Deutsch oder Englisch kann. Was? Ihr wisst nicht, wie das heißt? Hallo, das war schon dran. Ich werde doch beim nächsten Video am Anfang eine Abfrage einführen, glaube ich. Also, wenn es beim Treffen gut lief, verabschiedet ihr und der Russe euch am Ende vielleicht auch mit Dasabdrang. Bis morgen. Wenn ihr dann alles prima findet, sagt einfach Atlecia. Natürlich könnt ihr mit dem Inhalt dieses Videos noch kein tiefer gehendes Gespräch führen. Aber auch da habe ich gleich zwei Hilfen für euch. Erstmal findet ihr unter dem Link oben mehr Videos mit mir. Zum Beispiel für das nähere Kennenlernen von jemandem, der oder die euch ganz besonders interessiert. Und ihr versteht, was ich meine. Oder noch besser, ihr reist nach Russland zum Russisch lernen. Wie mit meinem Partner Liden und Denz. Da könnt ihr das gleich nach Moskau oder Sankt Petersburg machen, wo es wirklich schön ist. Ansonsten freue ich mich über Abonnenten und Daumen nach oben. Bis in zwei Wochen. Und weil wir uns ja schon eine Weile kennen, gibt es kein förmliches Auf Wiedersehen. Das Wiedern ja. Zum dann. Пока. Um. 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 's